Nun geht es ja hier heute auch um Musik, aber vor allem um Diven. Was ist denn eine Diva für Sie? Eine Diva, finde ich, ist eine Frau, die ganz, ganz viel erreicht hat und es sich leisten kann, Allüren zu haben. So, das ist für mich eine Diva. Und ich glaube, auch viele von den Künstlerinnen, die heute hier mit dabei sind in der Show, sind ganz entspannte Frauen, ganz lustige Persönlichkeiten. Dann gibt es aber noch die, die natürlich dann auch die gewissen Allüren haben und natürlich auch da auch keinen Hehl drum gemacht haben, sowohl nach ihrer Karriere als auch währenddessen. Wer ist denn Ihre Lieblings-Diva? Barbara Streisand ist meine Lieblings-Diva. Sie ist die, von der ich gesprochen habe, die gar keine Allüren hat, die immer lustig und entspannt war, mit der man immer gern gearbeitet hat und deswegen finde ich die am tollsten von allen, weil sie ist auch eine großartige Sängerin und hat sich aber eigentlich nie was drauf eingebildet.